Willkommen zu den Server-Need. Erneut hat es wieder einen Server-Anschlag auf den Server SkyCraft123.com gegeben. Die Polizei verhandelt und weiß noch nicht eindeutig, wer der Täter ist, aber sie glauben, es sei sie Master-Need. Jetzt zu dir, Jeremy. Danke, Tom. Geiselnahme auf einem Tower. Wir schalten zu dem Helikopter. So, der Täter ist schwer bewaffnet und hat einen Bogen. Die Geisel hat wahrscheinlich sehr, sehr Angst. Die Free-Tile verhandelt mit dem Täter, dass sie die Geisel freilassen will. Jetzt zu dir, Tom. Danke. Und jetzt kommt das Wetter. In der Minecraft-Welt ist es teilweise bewölkt und sehr sonnig. Heute Nacht kommen leichte Schauer und ein wenig Regen. Das waren die Server-News. Vielen Dank.